TRS 3 Nein, das ist von beiden! Hallo! Hallo zusammen, ich bin der Sam & Myself und mir hat gerade das SRF 3 angerufen, um zu sagen, dass ich im Juni das Best New Talent bin. Best Talent? Shit! Ich war Backstage vor meinem Konzert in New York. Ich habe gewartet auf die andere Hälfte von diesem Duo, das ich zu dieser Zeit hatte. Und die Person ist nicht aufgeteckt. So lange, bis irgendwann der Ankündiger vom Konzert sagte, als Witz, das ist Sam & Myself. Ohne Genrebegriff würde ich sagen, ich würde Lieder machen, die man genau so gut hatte dazu tanzen und dazu heulen. Erfolgszeit in der Schweiz ist für mich sehr persönlich. dass Leute, die mich kennen, seit ich klein bin, oder meine Familie, meine Lieder hören und die denen gefallen, das ist eine sehr schöne Erfahrung. Ich bin in meinem neuen Video tanze ich durch Zürich vor Fremden. in Situationen, die einem vielleicht peinlich sein könnten. Aber ich glaube, das Beste gegen Gift ist, sich nicht nur mit dem zu konfrontieren, sondern es voll anzunehmen und stolz sein auf das, was einem ausmacht. Wie ganz? Das war's. wunderschön. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020